Es hätte viel Ärger gegeben. Bei Niederlage wären die Löwen schon sieben Punkte hinter dem SC Freiburg. Big Points also, die hier vergeben werden! Das nächste Traumtor. Denny Schwarz aus dem Nichts. Der erste gefährliche Münchner Schuss überhaupt. Und dann so ein Ergebnis. Glücklich allemal. Nicht nur dieser Abschluss, nein, nein. Der Ausgleich insgesamt dennoch toll anzuschauen. Und genau wie Usumas Treffer. Sehenswert, was die Tore betrifft dieses Spiel. Ja, das Tor über die linke Freiburger Abwehrseite. Und das ist ja das Revier von Denis Aogo. Links, Achtung, da haut der Schwarz ab. Usuma kommt auch nicht hinterher. Und Aogos Laufstil, ja, war eher Trapp als Galopp. Fertig ist der Ausgleich mitsamt Enttäuschung. Halbe Stunde noch zu spielen. Gefahr in Verzug für Hofmann. Aogo. Das ist Mesic. Der kommt zur Flanke. Butch.